Folge 246 von Simotrans. Ja, unser Zug, der da gerade, glaube ich, rausfährt, ist es. Den müssen wir mal noch angucken, weil der hat ja Maschine, Stahl, Schrott. Genau, die Linie ist es. Der fährt immer hin und her. Und da sitzt die Frage, warum fährt er hin und her? Maschine, Stahl, Schrott. Also Stahl ist klar. Und Schrott? Wo kommt der Schrott weg? Die brauchen Kohle und die brauchen Schrott. Aber wo wird das angeliefert? Und transportiert Stahl zurück? Kann ja nicht sein, ne? Hier kommt die Kohle weg. Die Kohle wird hier abgeholt und wird da unten hingebracht. Und der fährt dann zurück. Maschine, Stahl, Schrott. Oder ist das nur die Bezeichnung der Linie, wo die langfährt? Aber dann müsste er ja... Warte mal, der hat 400 Tonnen Schüttgut geladen für Kohle-Minebetrieb. So, dann ist ja alles gut hier erstmal, oder wie sehe ich das? Aber allerdings macht er einen Riesen-Batzen Minus, ne? Weil er halt immer hin und her fährt, ne? Also Kohle ist klar. Warte mal, aber hier, Maschine ist ja hier, aber da fährt er gar nicht hin, ne? Oder? Der braucht Stahl, das ist klar. Aber Stahl wird ja... Hier passt was mit der Bezeichnung dann nicht, ne? Also der fährt jetzt mit nix darüber. Machen wir grad schneller. Können wir auch grad verfolgen, ne? So, was holt er jetzt hier was ab wieder? Und? Ne, er holt nix. Also die werden wahrscheinlich genug Kohle hier haben. Ja. Und Schrott würde er auch mitbringen. Das wird aber woanders angeliefert. Hm. Wird der Schrott wenn hier angeliefert? Das ist eine gute Frage, ne? Kohle, Salze. Salz wird abgeholt, ja. Im Chemiewerk. Ja. Also er hat ja definitiv die Salze von da unten nach hier oben gebracht, ne? Wäre jetzt doof, den dann nicht fahren zu lassen, weil das jetzt nicht in der Linie drinnen steht. Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, wie das war. Also hier ist ja nicht irgendwie sowas liegend, da hält er ja auch gar nicht an, wenn, ne? Hier gibt's auch nur Paletten erstmal. Das heißt aber noch nix, ne? Hm. Da kommt er jetzt vorbei. Ich glaube, hier geht's nur langsam voran wegen Dingens, ne? Sag schon, wegen dem Bahnübergang mit der Eisenbahn, da kann man das umbauen. Ich glaube, es gestaltet sich von der Stadt her definitiv schwer. Hier würde eine Brücke rüber gehen. Aber hier wird's schlecht gehen, ne? Nee, müssen wir jetzt so lassen, erstmal. Könnt ihr einen Tunnel nach unten bauen, also tiefer legen, ne? Hm. Will ich jetzt nicht machen. Das ist mir zu kompliziert für diese Folge. So, er fährt immer hin und her. Deswegen fährt er auch so viel ein. Äh, nicht ein. Wisst schon, was ich meine. Er fährt wieder mit nix durch die Gegend. Linie ändern. Irgendwie müssen wir was machen, auf jeden Fall. An der Kohle-Mine kann er ruhig warten, ne? Ein Prozent Mindestbeladung. Spielt eigentlich gar keine Rolle, ne? Zehn Prozent oder sowas. Wie war das noch mehr hier? Das ist ein ganzer Monat. Nee, falschrum. Halber Monat. Wahrscheinlich eine Woche. Dreieinhalb Tage. Ich glaube, das ist ein Tag ungefähr, ne? Dann lassen wir da mal das so stehen. Verfolgt den nochmal. Mach das mal grad zu. Gucken wir uns so an, oder? Mach mal grad schneller. Wo hält dann jetzt an? Ich hoffe, ich hab jetzt... Ah, ich hab das... Hab ich das zahl... Ne, weiß ich jetzt nicht, ob ich das Stahlwerk ausgewählt habe oder Kohle. Hm. Wäre aber rein theoretisch... Ne, hier ist weh. Ne, der Platz da hinten oben ist, glaube ich, ein Bahnsteig mehr, ne? Okay, der fährt auch da hinten hin. So. Hier müsste er jetzt warten. Ja, ich glaube, das ist ganz sinnig erstmal. Dass der da wartet. Mach mal Verfolgung aus. Und ich denke mal, wir gehen jetzt gerade hier weiter zum nächsten Bahnhof. Den wir hier... Wieso steht da einer? Hier haben. Wie viel Länge haben wir denn hier so? Ich würde mal hier anfangen wollen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Hm. Lassen wir die Gleise erstmal legen. Und ich würde es auch wieder so handhaben, dass man hier... Nicht unbedingt... Dass das Hauptgleis hier durchgeht, ne? Ach so, das funktioniert gerade nicht, weil wir erstmal die Ebenen gerade ziehen müssten. Also aufschütten. Drei, vier, fünf, sechs... Ah, so ist schlecht zu zählen. Gib mir mal das andere wieder her. Also hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Noch zwei Flächen mehr. Das wäre das Gleis. Und da wäre ein leeres Stück Dingens. Geht leider nicht. Geht leider nicht. So, das bedeutet, wir... Ziehen wir erstmal hier durch. Bis dahin. So, dann nehmen wir hier... Das. Und upgraden das sowieso schon mal. Geht da leider nicht. Wegen... Da ist eine Weiche. Das haben wir aber gerade gefixt. So, jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. So, Haltlänge ist geklärt. Äh... Äh... Oberleitung ist auch geklärt. So, das wären zwei Durchfahrtsgleise und das wird der Bahnhof selber noch sein hier. Das heißt... Gleis einfach hier verlängern mal. Ich glaube, das ist jetzt doof, weil wir können ja gar kein Einfahrtssignal hinstellen, ne? Warte, das bedeutet, wir machen hier das nochmal weg. Und machen das nochmal neu. Weil da muss ich unbedingt ein Einfahrtssignal haben für den Bahnhof. Aber ich sehe gerade, macht das da auch Sinn? Ich glaube, das macht da gar keinen Sinn. Wir müssen es anders machen, glaube ich. Glaub ich. Wissen tue ich es auch nicht, ne? Lass das mal so jetzt gerade erst. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Äh... Da muss das Gleis wieder weg. Ne, das ist falsch. Signal stand da, passt. So, warte mal, da muss dann da auch noch einer hin. Wir glauben wir jetzt eins, zwei, drei, vier. Das waren 15, 19, 11, 12, 13, 14, 15. Das passt. Äh... Gut. Dann... Machen wir das da nochmal weg. Und... So, und jetzt... Aufschütten. Geht nicht mehr. Passt. Also, wir müssen hier noch einen verlängern. Und... Dann dieses Gleis durchziehen. Dieses Org, das dahin. Das dorthin. Noch einen länger. Passt erstmal. Und... Und... Power dran. Passt. Und... Jetzt stellen wir hier ein Signal hin. Dann können die erstmal nur da lang fahren. Er findet schon den Weg. Das ist schon mal cool. Er dreht um und fährt da lang. Auch sehr gut. So... Nochmal erhöhen. Hier. Passt erstmal. Und... Und... 160, ne? Ja. Da... Stromleitung gibt es hier zu kaufen. Und da... Das heißt, die Richtung ist erstmal schon mal gut. Jetzt... Machen wir da noch einen Bahnsteig mehr hin. Passt. Er darf da nicht rein, weil der da drin steht. Oder wie sehe ich das? Da fehlen Oberleitungen auf jeden Fall noch. Ich glaube, wir müssen den hier mal gerade wegschicken. Findet keinen Weg mehr. Nee, das war falsch. Das ist richtig. Okay, das passt erstmal. Die Oberleitung haben wir da irgendwo gekappt. Da war sie. So, geht's erst. Der fährt da jetzt nicht weg. Warum fährt der Diesel da nicht weg? Ach, das war verkehrt. Na, jetzt haben wir schon die Lupe dran. Passt erstmal. Warum fährt er nicht weg? Warum kann er nicht? Da ist schon mal ein freier Wegpunkt. GZ3 Waren. Muss schon mal er wohin? GZ3 Waren fährt niemals vorhin. Den kriege ich gerade hier nicht erwischt. Da ist er. Kann ich den dann wegschicken? Auch nicht so wirklich, ne? So, lass uns mal gerade diese Gleise hier noch bauen. Können wir das vorübergehend mal so machen? Müssen wir gleich wegbauen, ne? Und dann können wir diesen tatsächlich hier lang fahren lassen erst noch. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ah. Das war auch jetzt nicht so ideal. Komm, mach den mal so. Dann kann der da vielleicht wegfahren. Jetzt muss ich den da erstmal loswerden hier. Und den da auch noch. Schick den mal zum Depot. Depot geht doch eigentlich immer, oder? Depot geht auch nicht. Wo ist der denn jetzt hier? Das kann ja jetzt nicht sein, dass ich den da nicht erwische, oder? Wo ist denn der Zug? Ach, der ist offen. Ah, das war ja wieder gut, ne? Stopp, den will ich jetzt nicht. Den da oben will ich noch haben. So, Fahrplan. Fahr mal woanders einfach hin. Will er nicht. Will er ins Depot. So, jetzt fährt er da erstmal hin. Jetzt bin ich den los. Depot können wir sein lassen. Brauchen wir nicht mehr. Und dieser jetzt hier. Fahrt du mal auch ins Depot. So, und das ist dann alles schon gut. Ach, da kommt einer nach. Warte auf freie Strecke. Okay, das ist schon mal gut. Oh, die staunen sich hier alle wie bekloppt, ne? Da steht auch noch einer. Was macht der denn jetzt hier? Hadex ein Chemiewerk. Der will da irgendwo hin. Und das Problem ist jetzt sein, dass es hier kein Auswahlsignal gibt für den Halt. Jetzt geht's. So, das ist auch passend. Er ist jetzt ein Stück vorgefahren, wählt aber nicht eins. Gruppe. Lok. Zum Depot. Äh, sehr interessant. Jetzt fährt er da ineinander. Na, fahr doch mal besser weg noch, wenn's geht. Der fährt jetzt auf jeden Fall weg. Habe ich jetzt einen Anzeigefehler? Nein, ne? Und der ist jetzt der, der auch zum Depot soll, ne? Genau. Da ist jetzt zum Glück einer im Weg. Der fährt jetzt weiter. Der fährt auch weiter. So, Depot da aus. und Depot da auch aus. Jetzt haben wir da den dritten, aber jetzt müssen wir... Oh, da kommt noch einer. Ja, schade. Jetzt haben wir hier einen Knoten drin. Zum Depot, zum Depot. Der nicht mehr, und der auch nicht mehr. So, jetzt müssen wir mal ganz schnell hier abreißen. So, keiner fährt zum Depot. Das ist schon mal gut. Äh, hoch. Das muss auch noch hoch. Da ist passend, oder? So. Das trennen wir mal kurz auf. Und die 160er Gleise kommen da lang. Und die kommen auch da lang. Das kommt noch so verbunden. Und hier muss noch Strom hin. Genauso wie da. Genauso wie da. Ich glaube, jetzt passt's, oder? Die können da durchfahren. Äh. Hau mal hier gerade so, dann sieht das besser aus. Ist zwar Blödsinn, aber wir haben sowieso kein Geld, ne? Hier fehlt noch was. So, mach das mal zu, mach das mal zu. Er steht jetzt zwar richtig da, aber wir müssen da noch was ändern. Das Gleis ist ja gar nicht lang genug, sehe ich jetzt erstmal. So, jetzt ist das Gleis lang genug. Jetzt haben wir auch drei Gleise. Hatten wir vorher auch. Jetzt müssen wir gucken, dass er hier die Linie erinnert kriegt. Der freie Wegpunkt war da. Äh, hinzufügen. Passt. Und löschen. Und schließen. Und schließen. Passt. Äh, der ist gerade auch so komisch gefahren. Ach, das war der sogar. Okay. Dann lass ihn so weiterfahren. Äh, den hab ich ja gerade wohl irgendwo offen. Stück gut ist das. Stück gut hat wahrscheinlich den Fahrplan auch nicht richtig, oder? Oh, doch. Da ist alles passend. Dann lass es so. Stück gut ist gut. Lass den aber mal gerade nicht möglich, der Fahrplan oder gerade. Na ja, super. Der ist auch gut. So, das heißt, das kann zu. Das kann zu. Das machen wir zu. Das machen wir zu. Ja. Knack vorbei. Kriegt ein neues Ziel. Fährt da hin. Damit er da nicht mitten im Weg weiter steht. Und der auch. Und wie ich schon gesehen habe, sind die beiden wahrscheinlich identisch. Das heißt, die bauen wir noch um. Aber, das veranstalten wir in der nächsten Runde. Wartet, da ist ein Einfahrtsignal und da ist ein Einfahrtsignal. Jetzt schmeißen wir hier noch gerade was weg. Man weiß nicht, sieht gut aus, oder? Das ist hier der Mast, der das Kabel dann runterzieht, dass es stramm bleibt, ne? Okay. Signale machen wir auch nächstes Mal. Und diese Bahnlinie müssen wir auch nächstes Mal machen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wer das nächste Video hochladet. Und gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.